Möchten Sie zusteigen, junger Mann? Ist jetzt doch schon vorne drin. Okay, ich hab die ganze Zeit Anzeige-Bugs hier. Dann steh ich du näher mit deinem Boot, oder steh ich hinterm Auto und renn schon in deinem Heer? Halt so schnell wie das Auto ist. Haben wir da jetzt Freight drin, oder was? Dann steh ich euch mal gucke. Guck mal hier ist der Anleger. Wollen wir hier? Gehen wir von Bord hier. Geil. Geil. Jetzt verarsche. Geht auf Dörf und Bord bitte. Mit einem klassischen Hodenschuss erledigt. Dann ist es bei ungefähr 14 Tuchen in den Regierenden. Da war es ungefähr 14 Tuchen in den Regierenden. In der Kopf. Du kleiner Bastard. Ein kleiner John Snow. Wobei mittlerweile wissen wir ja, Achtung Spoiler-Alarm, dass John Snow gar kein Snow ist. Ja, ich weiß. War mir aber schon vorher irgendwie klar. Das war uns allen klar, die die Bücher gelesen haben. So, ich weiß nicht, wo der da hinten, der hoopt doch irgendwie hinten dran. Ich will so eine Gerde-Töne. Das ist doch scheiße geil. Alter, der stirbt. Was? Was ist der Helikopter? Da können wir gleich damit abmachen. Voll die Pirate-Festung. Der Mr. Kenway wird jetzt hier den Pirate-Basis anlegen. Ach, Zivilist. Warum rennen die hier überall Zivilisten rum? Ich habe das Gas schon angedreht, Alter. Verlassen Sie das Schiff doch, wo es explodiert, wohin? Ja, egal. Habt's da raus. Geh mal, 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 geh mal. Einen dumm Arschloch hat mich gerade noch geschossen, ich gehe durch. So, bauen wir uns dahin, der Helikopter. Jeden Tag, wo du Scheiße ablust, ist ein guter Tag. Elimisario wird mit dem Quake beschäftigen, oder sein Grandadier wird ihn lebendig. Wir werden immer die Helle aufbauen, bis er aufbaut. Dann holen wir ihn. Wir klauen die Heli von denen und verpissen uns. Ach, Schminder. Was ist denn das für eine Beruhigung? Keine Sorge, mein Puder ist bei den Night Stalkern. Find the access code to the Cocaine Factory in Okoro. Once you've got the code, get inside and wreck the place. Ach, was Grafikbugs, ey. Du fliege ich die ganze Zeit bei mir um den Heli rum. Warum dann n Kilometer vom Ziel weg? Ich bin auch gar nicht, ich bin nur noch voll in die Luft. Ich will auf dem Acker neben dem Ziel, die jenseits der Straße landen. Also ich bin auf dem Acker, wo du hin wolltest. Ich komme auch gleich. Der Brand ist da hingeschmiert. Da ist der select, war das gerade ganz coole Dings bei uns. Zeitlupe. Ich glaube, da kommen gerade welche zu uns. Ich habe ein bisschen dabei. Das erste ist Gesicht weggeschossen. Die Hangarn hat gar nichts mit uns, glaube ich. Haben Hut gehabt. Haben Auto gefahren. Das ist so schön. Dann wirst du es jetzt mal fahren. Jetzt will ich nicht fahren, du lasst gehen. Hier wo er sich umdringt hauen. Oh. Immer direkt Alarm auslösen müssen überall. Das waren, glaube ich, nicht mal wir. Das waren hier unsere Verbündeten, die auf der Straße einfach mal hier... Bitte, die Pisse. Ich habe eine kleine Gruppe von Tangos. Ich habe eine kleine Gruppe von Tangos. 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 Ok, hier ist die Strache, ich wache die Brücke hin und bin doch irgendwie Jetzt, wenn wir in der Firma zurückgehen, dann haben wir die Kontrolle und teilen. Dann gehen wir weg. Dann kommen wir weg. Gehen in, um Rennen und brechen. Hier kommt es. Ich habe mir Strom abschüttelt. Oh, das ist das. Da habe ich den Code letztens erbeutet. Okay, wir sind jetzt. Wir werden die Kontrollraum erst treffen. Copy that. Okay, here is another new pistol. Cool, that's the one for you, that's the 5th. Oh, that's the one for you. Mir war das einfach zu subtil mit dem Gehacken, weißt du, jetzt ist es garantiert unbrauchbar. Irgendwas in die Luft gesprengt oder was? Ja, dieses Steuerungslabor habe ich erst C4 reingeschmissen, seine Handkanade in der. Also hier liegt noch eine Pistole neu. Und die? Wo? Ja, um. So. Ah ja. Ne, ich kann die halt nehmen, die hatte ich scheinbar schon. Welche sollten das sein? 5.7 USG oder so heißt die. Ach, die benutze ich doch schon die ganze Zeit. Die musste ich schon gestern abgegriffen haben. Die haben mir auf jeden Fall erweitert das Magazin gefunden, wo jetzt 30 Kuchen drin sind. Und das ist eine gewisse Schwerpunkte, oder? Ja. Und das ist das? Okay. Oh, ja, ich kann das nicht machen. Okay. Oh. 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 Wie wähle ich ins C4 aus? Das ist auch die scheiß Raketewerferstellung. Die mache ich auch platt. Demo primed. Ich bin C4 primed. Irgendwann noch einer, dass wir da drin sind. Frag out! Found a cocaine stockpile. Here's the stockpile. Let's take it out. Ach, chug markierend. Target is down. Yo, place you mine over here. Oh my god, you. Also, that cocaine habe ich weggemacht. Aber sowas dann weggemacht. Immer noch 0 von 2. Ist ja seltsam. Ich habe hier gerade einen riesen Berg weggeblasen. Na gut, dann laufe ich mal da rüber, 200 Meter. Hä? Jetzt ist hinter mir wieder ein Pfeil. Ja, wie gesagt, das ist nicht vernichtet. Ah, dann ist noch auf der linken Seite noch was, oder was? Dann ist noch auf der linken Seite noch was, oder was? Ja. Frag out! Komm in mir her, Kuleros! Gottpile destroyed. Let's go! Schön, 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 schön. So viel weißer Nebel. Aus dem Nebel steigt der weiße, riese Humpapa. Ja. In das Gesicht. Hier werden wir noch mal so Fahrzeug mit der Gatland hoch. Alter, leck das! Jep. Nichts, nicht auf der Seite. Schauen wir eine Pfeilung für uns zu holen. Wir sind. Wir sind eine Pfeilung. Warte, Mann! Jetzt kommt der Pfeilung. Wir sind die Pfeilung. Wir sind die Pfeilung. Los geht's! Frag out! Frag out! Ok. Oh, ich habe noch den Klaver auf. Demo ist primet und in Platz. Frag out! Frag out! Ok. Oh, ich habe noch ein Klaver. Die Rebeller haben so Flak gewonnen. Das ist so geil wenn so ein komplettes Magazin-MG-Munition einfach in so feindliche Gruppe reinhält. Zapp 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 zapp! Fliesanforder! Ah, ich hasse es, dass er so leckt! Jo, ich bin vom Leck entwischt worden! Boah, Alter! Hinter uns ist noch einer, der hat auf mich geschossen. Ah, das war knapp. Numa, das ist Pakatari. Die Damage von Dallin Okoro hat El Misario sehr nervös. Er ist überrascht, was El Yaya denkt, wenn er herauskommt, wie viel Produktion-Kapazität verloren hat. Das klingt gut so weit. Um die Unterschiede zu machen, El Misario hat seinen Mann zu nehmen... Oh, das ist ein Sprechigkeitspunkt, ich muss gleich mal leben. Hm, ich 9, aber ich muss auch machen. Oh, ja! Okay... Wer hängt dort draußen so wild... Was ist das? Oh, bei uns ist es noch ein Fertigkeitspunkt. Ja, 215 Meter bei uns. Oh, das ist ein Fertigkeitspunkt. Ya ich hatte ein Fertigkeitspunkt. Oh, ja, das ist das für mich. Oh, das war ich. Oh, das war ich. Oh! Es sind sehr wichtig, aber ich habe nur eine kleine Einheit abgestellt, dann reicht mit dem Sturm war Bisse Monty Nichts ist grün und Dingsbums Musst du was zeigen? Ja was denn, Mensch, komm Hab was voll hübsches Ich hab mich an einer ran gepirscht, ich hab nur jetzt als Geisel Wärts nicht voll Ich muss erstmal wieder zu dir kommen Ich bin zu dir Hallo Wie hast du das denn hingekriegt? Der ist so hin und allein rumgelaufen Manchmal grad mal gegönnt Dann hast du ihn mal gefangen Ich kann den gar nicht einfach so erschießen, ich kann jetzt nur hinterschlagen Erschieß nicht mehr Kapitulierenden Feind getötet Okay, da ist das Spiel beleidig Ehrlich? Ja, jetzt spielen wir uns drum, wie wenn du eine Zivilist erlegst Was für Kapitulierer, Alter, ich hab den von hinten geschnappt, der hat gar keine Chance da Das ist irgendwie noch ein Fertigkeitspunkt für mich Naja, da ist so ein blaues Dingsbums Da ist bestimmt außer Trepp hier hoch, oder? Ich hab mich auf dem Dach Ich hab mich auf dem Dach Vielen Dank.